Ich kann nicht glauben, dass es 20 Jahre her ist. Gehst du mit deinem Vater zur Jubiläumsfeier? Ohne ihn wären wir heute nicht hier. 1996 entkam die Welt an diesem Tag mit knapper Not ihrer Vernichtung. Ihr Vater war der mutigste Mann, den ich kannte. Wir alle haben jemanden verloren, den wir lieben. Aber durch ihr Opfer fanden wir die Technologie, um die Erde stärker und sicherer zu machen. Denn unser Überleben ist nur möglich, wenn wir alle zusammenstehen. Oh mein Gott, ein Notruf. Warum schreien sie so? Sie schreien nicht. Sie jubeln. Sie kommen wieder. Es hat eine eigene Gravitation. Was hochsteigt, muss auch wieder runter. Sollten wir nicht nervös sein? Äh, ja. Unser ganzes Leben haben wir auf diesen Moment hingearbeitet. Es landet auf dem Atlantik. Auf welchem Teil? Auf dem Ganzen. Lass sie dafür büßen. Freundschaften suche ich da oben keine. Machen wir ihnen klar, dass wir uns die Erde nicht wegnehmen lassen. Alle Läger ausweichen, ausweichen! Ich hatte Jahre, um uns vorzubereiten. Wir stürzen ab! Wir hatten nie eine Chance. Hatten wir letztes Mal auch nicht. Wir haben eine ganze Generation davon überzeugt, dass wir diese Schlacht gewinnen können. Wir opfern uns füreinander. Koste es, was es wolle. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es ist der vierte Juli. Sorgen wir fürs Feuerwerk. Festhalten! Festhalten! Die zerstören gern Wahrzeichen. Was wirst du tun, wenn die dich kriegen? Was, wenn die dich zerstören? Was? Was?